Hallo und willkommen zurück bei GAMI-TV. Heute schauen wir uns kurz ein kleines Update an. Prink Smash VR hat jetzt deutschen Text. Hier sieht man Red Bull Racing. Das ist das Pixuality. Bald starten, Ansicht ändern, Pause, bewegen. Das sieht man jetzt alles auf Englisch. Auch die Einstellungen hat man jetzt da. Schläger, Bewegungsstil, Bewegungsgeschwindigkeit, Portion, visuelle Effekte kann man auch einstellen. Das ausschalten, wie es der Effekt kann die Belastung der Augen verringern. Links, rechts und Musik. So, wenn wir das Spiel starten tun, haben wir jetzt auch alles. Alle Abschnitte, Ranglisten, Punkte. Alles schön auf Deutsch. Und, jo. Dann werden wir mal einen Level spielen und dann lassen wir das Video so wie es ist. Ready? Go! Ready Start. Abschnitt Level 2. Alles schön auf Deutsch. Sehr schönes Spiel. Arbeiten auch sehr schnell, die Entwickler, muss ich ehrlich sagen. Freut mich immer sehr. Hier sieht man es jetzt auch. Erhaltet Zusatzleben, maximal 10 erreichbar. Der Anzahl der Bälle wird auf 3 erhöht. Waffen die Blöcke zerstören. Sieht man das schön erklärt. Alles auf Deutsch. Jo. Jo. Ja! 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 Ich bin alle schön auf Deutsch. spiel nochmal zurück zum level nächstes so ja das war jetzt ganz ein kleines video wollte ich nur ankündigen dass das spiel auf deutsch ist und ja bis zum nächsten mal ciao ciao